hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal claudius cosmi card news mein name ist claudia und hier sind wir alle feierlich versammelt jetzt zur mittwochs botschaft ich freue mich total dass du da bist und bin sehr gespannt was jetzt kommt auf jeden fall ist es jetzt so dass ich ein bisschen was ändere denn ich werde jetzt ab jetzt nicht mehr die decks alle so ins bild halten also die die boxen oder so weil ich habe sie erstens alle unten aufgelistet in der info in der video beschreibung unten die decks alle drauf und dann habe ich natürlich auch filmchen darüber gemacht also du kannst du jedes text dann auch noch einzeln in ruhe anschauen wenn es dich interessiert ja und ansonsten kannst du mich natürlich auch immer fragen so heute am mittwoch den 7 dezember 2022 möchte natürlich auch gerne wieder schauen was sind jetzt gerade was jetzt gerade so mitten der woche los ich werde heute hauptsächlich mit orakel karten arbeiten und da noch ein hinweis in eigener sache kurz oder beziehungsweise auch wenn du lust hast in deiner sache ich habe ja einen telegram kanal auch in der video beschreibung der link dazu ich werde für die raunechte etwas machen ich werde da jeden tag ab dem 21 dezember präsent sein und eine karte ziehen einen puls reingeben irgendwie in irgendeiner form etwas machen das ist jetzt gerade noch dabei dass ich das für mich rausfilter was da genau passiert und ja da lade ich dich natürlich herzlich zu allen das ist kostenlos und da kannst du vielleicht auch ein paar impulse mitnehmen so und heute wird es auch so sein dass ich jetzt aus diesem deck was hier liegt werde ich jetzt tatsächlich erst mal eine karte ziehen und dann werde ich sehen ich habe hier mehrere orakel decks und das ist eigentlich auch das was ich machen möchte ich möchte mehr orakel karten heute haben okay schauen wir mal also es geht ja auch letztendlich um einen impuls für mitten in der woche was steht jetzt aktuell an hier fürs kollektiv auf meinem kanal was steht hier jetzt an was haben wir jetzt hier für energie was ist ein richtiger impuls ich muss sie erst noch warm wischen oder so also was ist hier der puls fürs kollektiv die zehn schwerter oder das ist spannend vielleicht geht es bei dir tatsächlich drum jetzt hier etwas zu beenden das oder etwas wird jetzt gerade so akut und so intensiv dass es beendet werden muss soll oder vielleicht auch einfach es geht quasi nicht mehr anders denn die zehn schwerter das ist so die karte dass man sich bewusst dessen ist dass da irgendwas nicht richtig läuft und dass man dann das ding auch beendet es kann auch sein dass man hier noch einen hinweis hat sei nicht zu vorschnell also dass du wirklich genau schaust ist es tatsächlich so oder hast du einfach das gefühl dir wächst gerade was über dem kopf das wird dir alles ein bisschen zu viel und deswegen gehst du gerade sozusagen in den rückzug und oder auch beißt dich vorne durch und sagst nee ende der durchsage das mache ich so nicht mehr weiter mit also das kann alles sein das kann natürlich sein dass du eine eine arbeitsbeziehung beendet also ein arbeitsverhältnis wenn du sagst ich halte das jetzt gerade nicht mehr aus was ich mir durchaus vorstellen kann dass bei dem einen oder anderen hier gerade zur weihnachtszeit unglaublich viel los ist in sachen wie es halt jedes jahr natürlich so ist in sachen weihnachtstrubel geschenke bla 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 ich glaube das hat sich in vielerlei hinsicht noch nicht wirklich geändert also die leute rennen immer noch wie die wie die ameisen durch die stadt und suchen halt die geschenke oder versuchen da irgendwas für ihr zuhause neu zu gestalten und also gerödel und gedödel und ja und dann kann es auch kann es natürlich sein dass du was wo bleibe ich denn jetzt eigentlich weil wenn du hier sie dir anschaust sitzt in einer box und ist da gar nicht mal so glücklich also fühlt sich vielleicht auch etwas isoliert abgeschnitten und ja ist gerade nicht so glücklich also egal wie die situation in der du steckst ist unter umständen in welchem bereich deines lebens auch immer das kann ja nur ein ganz bestimmter bereich sein und alles anderes toll aber da gibt es etwas wo du sagst nee das fühlt sich nicht mehr stimmig an das ist nicht okay es kann auch sehr dramatisch sein aber auf jeden fall ist hier zehn schwerter eine karte des der inneren kündigung zumindest schon mal und auch eventuell der äußeren also vielleicht gehst du heute tatsächlich nach draußen mit etwas du gehst halt du sagst du willst das nicht mehr und gehst damit raus oder du fasst heute heute den entschluss das kann natürlich auch sein ich möchte hier mal schnell gucken was ist am unteren kartenrand oh ja hier haben wir die judgment also das heißt das gericht und das ist natürlich die vorletzte karte der großen arcana da geht es um transformation da geht es um das große loslassen also das ist eine hammer kombi weil mit der entscheidung die du da triffst wir haben hier schwerter da geht es um entscheidungen natürlich auch und auch um klarheit kann das sein dass du wirklich hier etwas ganz großes los lässt dich von etwas befreist die karte ist tatsächlich in der klassischen bedeutung eine die karte eine energie die durch und durch beglückend ist diese erfahrung die aber durchaus natürlich auch mit vorherigen schwierigkeiten zu tun haben kann wie hier dass man wirklich an einen punkt des leidens kommt und man sagt dass das einfach nicht mehr auszuhalten ist und dann schmeißt man den alten kram wirklich weg und befreit sich davon und bei der karte geht es um die transformation auf die nächsthöhere bewusstseinsebene es geht um die hebung des wahren schatzes es geht wirklich um das ganz große loslassen in der klassischen bedeutung siehst du oben die engel der die trompete bläst und dann unten die menschen aus ihren gräbern auferstehen also das hat was mit auferstehung zu tun und danach kommt ja dann nachher nur noch die welt und die letzte karte der großen arcana und da ist der kreislauf beendet also das ist hier die vorstufe aber sie ist wirklich eine sehr sehr gutes hat sehr viel befreiungscharakter aus alten dingen alten mustern die nicht mehr dir dienlich sind und die du nun endlich endlich loslassen kannst und bei manchen menschen aber viele menschen ist es ja leider so dass der schmerz erst so krass sein muss so intensiv sein muss dass du erst an einem bestimmten level ankommen muss dass du quasi kurz vorm burnout stehst oder du hast ihn bereits und dann erst bist du bereit loszulassen also das ist es natürlich auch dass wir dann aufgrund dieser erfahrung auch erkennen dürfen dass wir schon längst hätten loslassen dürfen sollen müssen für unser wohl denn die anzeichen sind natürlich schon sehr viel früher da die anzeichen sind schon sehr früh da also das fängt ja an mit einem gedanken der oder sagt das behakt mir nicht das gefällt mir nicht das ist nicht in ordnung das fühlt sich komisch an wenn du dauernd gefordert oder auch überfordert bist über dein maß hinaus was du eigentlich bereit bist zu geben und du gehst immer weiter immer weiter immer weiter dann hast du dann unter umständen wirklich dann irgendwann ja dann hast du so die faxen dicke und dann bist du so ausgelaugt und so fix und foxy dass da nichts mehr geht und dann hilft nur noch tatsächlich dass das das willkürliche das mit ganz viel gewalt und auch sehr intensiv und also gewalt im sinne von nicht nicht körperlich werden sondern also gewalt im sinne von ich zwinge mich dazu ich mache das jetzt obwohl ich vielleicht angst habe weil ich dann dass das ist so wirklich das willkürliche schluss machen das hat so ein bisschen was wie vor dem burnout also vor dem vollkommenen zusammenbruch und vielleicht hast du jetzt schon eine ahnung dass der kommen würde wenn du das jetzt nicht beendet wenn du das jetzt nicht sein lässt und hinter dir lässt und die karte sagt ja okay es ist so weit die transformation ist im vollen gang es ist so weit das ist die unterliegende energie die dich da wirklich unterstützt diese karte durch ihre durch und durch beglückende erfahrung ich wiederhole das gerne unterstützt mit einer sehr sehr kraftvollen energie und wenn es dir gerade nicht so gut geht dann wisse dass dich das in nächsthöhere im besseren schönere gefilde bringt du musst den schritt nur tun also wenn du jetzt wirklich in der lage bist in der situation bist dass du sagst ich stehe hier wirklich vor einer sitze oder bin mit in einer situation die eigentlich wirklich ja ich weiß gar nicht warum ich das schon so lange mit mache dann ist es wirklich zeit das jetzt zu transformieren also hol einfach mal tief luft spüren dich rein was ist jetzt das was für dich wichtig und richtig ist zu tun und treffe eine entscheidung treffe einfach für dich eine entscheidung bevor du nach außen gehst aber sei dir klar darüber um was es geht sei dir im klaren darüber wo das was jetzt ist ob es wirklich etwas ist was du was wo du nur kurzfristig mal überfordert bist und wo du sagst das ist mir fremd das kenne ich nicht und deswegen das von dir stößt oder bist du wirklich in einer situation die du vielleicht schon länger erträgst und wo du sagst ja es ist wirklich zeit ich muss da jetzt mal raus also das finde ich wirklich großartige hinweise hier ich nehme jetzt ich mache das mal ein bisschen anders damit ich ein bisschen mehr platz habe also ich lege diese karte weil diese großartig und wichtig ist hier mal mit einfach ich lege das jetzt einfach mal mit hier hin so so okay ich baue noch ein bisschen weiter aus hier so ist ein ungewöhnliches bild aber das ist jetzt einfach für mich mal ganz wichtig mal schauen ob ich das so lasse so leben jetzt möchte ich ganz gerne tatsächlich noch wissen ich fange mal anders an ich nehme jetzt mal das schamanische seelenorakel und das kann auch sein dass sich dieses deck nachher für die raunächte nehme ich muss mal schauen also auf jeden fall möchte ich hier noch mal gerne wissen was sagt dieses deck denn hier was sagt das schamanische seelenorakel hier zu dieser situation vielleicht ist es ist jetzt hier auch jemand ganz anders angesprochen das kann natürlich sein dass jetzt eine karte kommt die mit dem nichts mehr zu tun hat oder sich da ergänzt also je nachdem es kann sein dass der eine mit diesem bereich in resonanz geht es ist ja eine allgemeine legung du kannst du musst nicht in resonanz gehen ist der eine mit diesem bereich in resonanz geht und der andere mit dem schauen wir mal was hier noch kommt was haben wir hier diese karte möchte gerne oh wow die sonne die ziehe ich ja immer gerne ne okay was haben wir hier die karte sieht so aus wunderschön also die nummer 53 aus dem schamanischen seelenorakel da gucken wir doch mal was hier die bedeutung ist also es kann natürlich sein dass du zum beispiel jetzt das hey ich bin 53 und gehst damit in resonanz mit der sonne geht man übrigens immer gerne in resonanz finde ich oder die deine lebenszeit könnte auch acht sein oder du hast am fünften dritten geburtstag alles möglich also die sonne die essenz in vielen kulturen gilt die sonne als bedeutendste männliche kraft in anderen betrachtet man sie als das feminine schlechthin so oder so bescheint sie alle wesen mit hellstem licht und entlockt der dunklen weiblichen erde sprießendes leben während ihres auf und untergangs im herbst und winter kann die sonne sanft und wärmend sein aber auch zerstörerisch wenn sie in einem glühend heißen sommer im zenit steht die einladung hast du winterschlaf gehalten innenschau für dich ist es jetzt an der zeit aus deiner höhle herauszukommen und das leben spendende licht vom mittelpunkt unseres planetensystems zu genießen die sonne lässt deine leidenschaft und deine kreativität wieder aufleben das leben fordert dich auf dich zu zeigen und die ganze ernsthaftigkeit um dich herum mit deinem humor und deiner leichtigkeit zu bereichern los geh raus geh spielen die medizin leuchtet dein licht schon viel zu lange du darfst nicht vergessen dass die sonne nur in einer hälfte des tages scheint die andere nimmt die nacht in anspruch die auch viel schönes zu bieten hat pass auf dass du dich nicht von deinem eigenen licht oder dem anderer geblendet wirst dass du nicht von deinem eigenen licht oder dem anderer geblendet wirst lass dich nicht von dir selbst entzücken und verehre auch sonst niemanden hüte dich vor deinem schatten schwelge ruhig in deiner mittagspracht hab aber auch keine angst wenn das licht in der dämmerung zu versinken beginnt das hat mir hier fast schon einen zusammenhang wenn ich mal überlege dass wir hier etwas haben wo es dunkel ist wo man sich nicht gut fühlt wo wo man wirklich einfach ja muss einfach unangenehm ist und wenn man eine situation hat die auch tatsächlich mit sehr viel leid unter umständen verbunden sein kann und sehr viel schmerzen und sehr viel anstrengung was ich auch schon sagte überforderung und so weiter also wenn da steht ja auch wenn die sonne scheint ja nur zu einem teil des tages und das heißt für mich auch okay du hast eine wunderbare kraft eine zeit lang und dann pass auf dass du deine energie nicht verpulverst dass du die nicht in dinge steckst die dich nicht letztendlich nähren sondern die wo du nur energie raus gibt wie in so ein schwarzes loch was keine energie keine reflektion hat und nichts absorbiert ganz wichtig immer wieder mal in die selbstreflektion zu gehen zu schauen gibt es hier etwas was ich loslassen darf was ich transformieren darf und was wirklich mich weiter bringt dann wenn ich es los lasse und ja vielleicht ist das genau der punkt du sagst okay jetzt bin ich wirklich da angekommen und ich möchte mein licht endlich wieder scheinen lassen also die auch hier ist die unterstützung da das finde ich sehr sehr schön übrigens wie kann ich auch anders so was haben wir hier noch jetzt möchte ich gerne noch eine karte ziehen weil es falls du jetzt gerade vor einer entscheidung stehst wirklich wo du jetzt vielleicht schon länger mit dir rumeierst und nicht so richtig weiß also ist es natürlich erst mal sehr wichtig herauszufinden für dich selbst so möchtest du denn eigentlich hin was ist denn das was du wirklich im leben möchtest und wo kannst du deine sonne dann dein licht dann die innewohnendes licht deine schöpferkraft eine power deine deine leidenschaft und das was du wirklich liebst so kannst du das dann einbringen wie kannst du dich da einbringen sei der darüber erstmal im klaren das ist natürlich immer wichtig dass wir klarheit haben also so wie bisher geht es jedenfalls nicht also muss irgendwas anderes her und das ist in dem wir natürlich innenschau machen und wir werden ja manchmal regelrecht auch gezwungen dazu weil wenn wir erstmal in so einem kubus sitzen da in so einem würfel und in der abgeschiedenheit und uns wirklich richtig schlecht fühlen und wir uns dann mal wirklich zeit nehmen und sagen okay moment muss das denn wirklich sein die dinge mal zu hinterfragen ist das vielleicht wirklich gar nicht der richtige weg mehr es kann mal ein richtiger weg gewesen sein aber ist der immer noch richtig oder sollte ich vielleicht mal neue entscheidungen neue wahlen treffen und dann geht es halt in die richtung und dann auch ein bisschen mut wir brauchen natürlich auch mal mut oftmals jetzt sind wir vor lauter angst in diesem käfig hier und kommen da nicht raus also geht es darum auch mutig zu sein zu seinen wünschen und sehnsüchten zu stehen und zu dem was man wirklich möchte so die sonne unterstützt und die ja das gericht auch also die sonne ist natürlich wie gesagt das ist ja die karte von erfolg und von lebenslust und von dem ganzen von diesen ganzen wunderbaren dingen die wir auch beanspruchen dürfen und sollten wofür wir hergekommen sind niemand ist hier um zu leiden also wenn du hier eine erfahrung machst die nicht positiv für dich ist die sich schlecht anfühlt die musst du nicht ewig wiederholen zum beispiel du kannst sie ein du machst sie einmal lernst raus und gehst weiter das ist natürlich der idealfall aber bei vielen ich kenne das auch ist es natürlich täglich grüßt das murmeltier so da kommen dann immer mal wieder dieselben sachen hoch ohne dass man sie bewusst als so also als dass man bewusst diese energie wahrnimmt das ist wirklich dieselbe verschwingung hat also geht es natürlich darum dann das zu erkennen und dann auch okay hin zu hinterfragen habe ich so eine situation schon mal gehabt oder fühlt sich das vielleicht ähnlich an wie das was ich damals hatte oder da 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 das können ja mehrfach sein komme ich immer wieder in bestimmte situationen wo ich dann am ende nachher wirklich wieder da hocke und es ist ich das ganze einfach doof finde und gar nicht mehr dabei weitermachen will und mich meinem leiden ergeben habe vielleicht bis ich dann irgendwann mal dann tatsächlich etwas doch entschieden habe ich möchte das nicht mehr und habe eine neue erfahrung gemacht aber vielleicht geht das auch diesmal ein bisschen schneller man muss nicht erst an diesem punkt kommen jetzt möchte ich noch mal eine für eine lebensentscheidung weil diese karten das ist nämlich die weisheitskarten für lebensentscheidungen also für diejenigen wo es jetzt wirklich gerade um entscheidungen geht vielleicht wichtige entscheidungen lebensentscheidungen da ja tic tac schau mal schöne karte ja da sehen wir eine uhr und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt was denn hier der text da zu diesem deck ist zu dieser karte ist so was haben wir hier die nummer 30 okay die 30 tic tac grundbedeutung zeitlosigkeit göttliches zeitmaß unermesslichkeit der zeit die botschaft des orakels an die menschheit die zeit als die menschheit die zeit erfand wurde alles anders und eng die menschen begannen das leben in linearer weise zu betrachten und gewöhnten sich an die vorstellung dass die vergangenheit hinter ihnen und die zukunft vor ihnen liegt was aber wenn diese vorstellung nicht der wahrheit entspricht der wirklichkeit entspricht und was wenn alles kreativität schönheit chaos und ordnung sich im jetzt ereignet in einer großartigen zeitlosigkeit du hast alle zeit der welt die als mitschöpfer das leben zu erschaffen nachdem du dich sehnst lass also ab von deinem pläne schmieden löse dich von dem bedürfnis jeden augenblick deinen erwartungen entsprechend zu formen was wirkt wahrhaft dein ist wird dir niemals vorenthalten bleiben wunder sind stets um dich und werden genau dann geschehen wenn du ihrer bedarfst jetzt kommen wir in den beziehungsbereich beziehungsbotschaft liebe die erfüllung von sehnsüchten und sogar die erholungsphasen des körpers folgen ihrem eigenen rhythmus manche dinge sind vorbestimmt und lassen sich nicht erzwingen alles hat seine zeit vollzieht sich im göttlichen und dem ihm eigenen zeitmaß und das gilt zumal für die angelegen zumal für die angelegenheiten des herzens vergiss nicht dass du immer genügend zeit zu lieben hast um liebe zu finden und zu bewahren zu geben und zu empfangen die uhr der liebe läuft ewig und sie tickt in vollkommener harmonie mit dem puls deines herzens ist es nicht wunderbar dies zu wissen liebe kommt immer genau zur rechten zeit erfolgsbotschaft dein materieller erfolg ist das gemeinschaftliche werk deiner eigenen bemühungen innerhalb der menschlichen dimensionen und innerhalb der menschlichen dimension der zeit und des ewigen wirkungs deines wichtigsten verbündeten des höheren prinzips innerhalb einer göttlichen unmessbaren zeit bleibt also bei dem was du tust bewahre die eine positive haltung und die kraftvolle schwingung deiner gedanken und gefühle wenn du der botschaft dieser karte folgt wird es dir so erscheinen als stündest du plötzlich wie durch zauberhand mit deiner höchsten bestimmung und deinem höchsten wohl im einklang wozu also all die klagen über die fehlende zeit was dein ist wird niemals an dir vorübergehen schutzbotschaft wirst du nervös bei dem gedanken dass die zeit verstreicht und die verwirklichung deiner träume allzu lange auf sich warten lässt sei unbesorgt für die wichtigen dinge des lebens wird es dir niemals an zeit mangeln die wunder die dir und nur die allein bestimmt sind kannst du nicht versäumen ist das nicht fantastisch du bist den guten händen denn engel und gute geister umschweben dich in unsichtbaren sphären führen dich auf deinem weg und sorgen dafür dass er mit annehmlichkeiten erfüllt ist lass zu dass zuversicht behutsam an die stelle deiner besorgnis tritt das göttliche prinzip wird dir niemals dein höchstes wohl versagen alles ist dein im göttlichen zeitmaß und wird dir zur rechten zeit begegnen entspanne dich das ist auch etwas das ein ganz wichtiger hinweis ist unter anderem auch alles geschieht jetzt es gibt nichts anderes als jetzt alles was du mal erlebt hast ist bereits vorbei das gibt es nicht mehr es existiert noch energetisch energie kann man halt energie kann man ja nicht erfinden heraus also erschaffen sondern energie ist da und kann man nur wandeln ja und was ist energie energie ist nichts anderes als die göttliche schöpferkraft und das ist das göttliche selbst und du bist hier um das zu erkennen und umzusetzen also erkenne deine größe und das ist auch nur im jetzt hier geschehen kann jetzt nicht morgen nicht übermorgen ich kenne jemand der sagt ja ich bin noch nicht so weit ja ich war ich verstehe das schon so mit den geistigen gesetzen und so weiter aber ich bin da noch nicht so weit ja und solange ich das sage werde ich auch nie soweit sein so ganz logisch also erkenne es jetzt an dass es so ist und dann geht deinen weg weiter in dem bewusstsein dass es jetzt nur jetzt gibt und nur jetzt die möglichkeit ist dein leben zu ändern und wenn du sagst hier gibt es noch optimierungsbedarf und da gibt es noch optimierungsbedarf dann ist das jetzt so und also insofern kannst du jederzeit jetzt beginnen es neu zu sortieren und was natürlich unendlich hilfreich ist ist wenn wir unsere intuition stärken bzw wir sollten sowieso auf unsere innere stimme immer hören und diese diese wahrnehmung was ist jetzt zu tun ist bei vielen auch verschüttet weil sie so sehr im kopf sind so sehr im verstand sind dass sie quasi damit auch kaum noch was anfangen können und jetzt gilt es halt auch in diesem ja zeitenwandel dies zu erkennen und diese dieses auch zu stärken also manche sind ja sehr gut die haben schon eine richtig gute intuition und ja wissen was zu tun ist nehmen das wahrnehmen diese feinen energien war und andere sind dann noch am anfang und ja und erkennen das jetzt gerade erst und fragen sich natürlich auch wie geht das wie komme ich denn und ja unter anderem werde ich jetzt mal hier da gibt es natürlich viele möglichkeiten stärke deine intuition dieses kartendeck werde ich jetzt mal nehmen um da mal auch ein bisschen vielleicht weil diese situation kann für den einen oder anderen hier mit den zehn schwertern wirklich ziemlich intensiv und dramatisch sein und vielleicht gibt es ja hier noch ein tipp um da noch ein bisschen stärkung zu erfahren schauen wir was hier kommt also ich hätte jetzt gerne noch bitte einen hinweis hier intuition da fällt sie raus was haben wir hier ich spüre auf was immer gegenwärtig ist und weil ich meine aufmerksamkeit nach innen richte kann ich es sehen empfangen und in mein leben integrieren intuition erwache jetzt schalte und walte in vollen zügen ich erlaube es dir das ist großartig das passt perfekt natürlich genau zu dem was ich gerade gesagt habe es geht wirklich darum vom außen von den äußeren umständen von alles was so vermeintlich außerhalb von dir ist die aufmerksamkeit abzuziehen und sie auf das innenleben in dir zu richten auf die stimme auf die intuition und natürlich deine intuition auch zu vertrauen und zu erlauben dass sie sich auch wirklich zeigen darf dass sie sich bemerkbar machen darf dass du sie hören darfst dass du sagst ja ich bin offen dafür ich bin offen und frei und höre auf meine intuition und gebe ihr auch macht und und stärke und und beziehungsweise entscheidungskraft ja dass der verstand da ein bisschen in den hintergrund tritt ich sage immer so wir haben irgendwann mal den hausmeister zum chef erklärt sprich den verstand und zum entscheide halt chef ist entscheide ein chef entscheidet und das ist das was dem verstand was das überhaupt nicht hin passt der verstand ist nicht dafür gemacht diese entscheidung zu treffen aber wir haben diese erfahrung gemacht und das ist ja auch in ordnung und jetzt darf das ganze bitte wieder in die andere richtung gehen und ich möchte jetzt tatsächlich gerne noch eine karte haben also das ist auf jeden fall ich spüre auf was immer gegenwärtig ist und weil ich meine aufmerksamkeit nach innen richter kann ich es sehen empfangen und mein leben integrieren solange ich die aufmerksamkeit nämlich vom außen nicht abziehen mich nur beschäftige mit dem was da im außen alles passiert diese ganzen turbulenzen und so weiter so lange kann ich ja meine intuition nicht hören geht ja gar nicht und selbst wenn ich sie mal höre ist sie gehe ich ihr nicht nach und ja und behör trotzdem nicht auf mich damit zu beschäftigen wie ich kenne das selber natürlich auch also gerade vor knapp drei jahren als so ganz eine bestimmte situation hier los lief hat war ich so konfus ich dachte ich bin schon so gut aufgestellt auch im spirituellen mit meinem geistigen und so weiter intuition und dann kam diese situation und die hat mich tatsächlich erst mal so richtig umgeboxt und ich war auch durcheinander musste mich erst mal wieder sortieren und finden und habe dann aber vielleicht auch gerade deswegen auch eine riesen bewusstsein sprung noch mal gemacht ein nach dem anderen gehüpft gehüpft gesprungen 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 ja und jetzt bin ich also sehr viel gestärkter halt und habe da sehr viel mehr sicherheit in mir und das interessiert mich einfach nicht mehr was da draußen los ist es interessiert mich nicht ich weiß dass alle informationen die für mich wichtig sind immer stets und ständig unter jeden umständen kommen die immer zu mir und ich weiß auch dass ich mit dem worauf ich meine aufmerksamkeit richtet dass da meine energie hingeht und energie folgte aufmerksamkeit das ist ein geistiges gesetz und wenn ich dann also das am ende eine blumenwiese sehen möchte dann muss ich sie jetzt schon sehen und ich muss meine aufmerksamkeit darauf richten wenn ich natürlich meine aufmerksamkeit auf dinge richten die alle schief laufen die alle wo ich alles wo ich vielleicht ängste bekomme weil ja ganz viel mit angst gearbeitet wird im außen dann kann das natürlich gut sein dass ich ja auch genau mich in diese gedankenspirale verfange und dann auch damit gerissen werde und das möchte ich nicht ich weiß einfach dass das geistiges gesetz ist wonach ich worauf ich meine aufmerksamkeit richtet da folgt die energie hin und das erschaffe ich weil ich bin schöpfer ich bin schöpfer meiner realität genauso wie jeder andere auch also du auch so ich möchte noch mal eine karte haben deswegen bin ich immer sehr für die diese diese stärkung der intuition sich dessen bewusst zu werden was ist da wirklich in mir los und wo geht die reise hin ups da hüpft noch eine ja so was haben wir noch ich vertraue meinem gefühl voll und ganz denn es weiß mehr als der verstand der sich lediglich wissen angeeignet hat mein herz ist reines wissen und ragt über jegliche erinnerung und information hinaus ich bin intuition genau das ist es das passt hier ich bin sehr ja ich bin gerade sehr dankbar diese beiden karten dass die hier sich zeigen denn genau das ist es der verstand hat sich wissen angeeignet aber die intuition ist wissen und sie hat das ganze kosmische wissen in sich weil das ist die intuition und ich bin auch meine intuition ich bin die schöpfer kraft letztlich selbst weil wo soll ich denn herkommen ich bin ein göttliches kind ein gottes kind ein schöpferwesen halt und ich habe genau die qualitäten gott erschuf den menschen nach seinem bilde und das heißt nicht der mann mit dem weißen bart sondern das heißt einfach die ganzen fähigkeiten die im göttlichen prinzip drin sind und du musst ja nicht man vorstellen du kannst auch sagen was ist energie es ist alles energie und genau das bist du doch selbst auch das ist jeder von uns und das ist jetzt das ist so wichtig dass wir das wissen weil dann kommen wir in unsere kraften nehmen wir unsere macht wieder an und und wir sind wir sind dann die entscheider also du und ja dein dein göttliches selbst deine seele deine intuition du entscheidest was in deinem leben sichtbar und fühlbar und spürbar ist und was sich dann da am außen zeigt okay warte jetzt lege ich die nummer weil ich möchte gerne noch ich bin ja so so ich freue mich ja immer so über die heilsteine ich mich liegt ja steine so sehr und deswegen möchte ich jetzt gerne mal wissen was uns hier denn heute am mittwoch auch für ein stein mit noch einen impuls gibt vielleicht schauen wir was hier an den steinen was ich jetzt zeigen möchte welcher stein möchte sich zeigen bergkristall 1 2 3 4 ja genau ich habe ja hier bin ja recht mit mit bergkristall bin ich ja sehr gut ausgestattet und das finde ich gerade auch ganz hervorragend weil es geht hier um klarheit um reinheit und energie es ist an der zeit deinen weg zu gehen deinen ja hier guck mal das passt ja wieder wie wir auf ihn also war schon wieder vorrang zusammen bergkristall bringt dich in deine mitte und weiß dir den weg zu deinem lebensziel klarheit ihr leben klarheit ist so wichtig dass wir klarheit im leben haben und dass wir mit klarheit unseren weg gehen wenn wir wissen was wir wollen und es nicht mehr von diesen äußeren umständen wirklich beeinflussen lassen und einfach in uns bleiben in uns ruhen hier schau mal das ist eine freundliche leihgabe eines partners er sagt er darf erst mal hier wohnen aber er hat sich gewünscht dass der auch mal im video erscheint also und das passt jetzt so perfekt folge deinem herzen folge deiner intuition ja das ist wirklich bergkristall wunderschön oder hier sind so regenbögen auch drin das ist richtig toll ok also folge deinem herzen ganz wichtiger hinweis hier ja so wunderbar ok ja ihr leben also ich würde mal sagen das ist hier eine menge input jetzt für heute ich wusste nicht dass das so in diese richtung wandert aber es ist wunderbar es fühlt sich total schön an also eine spüre die sonne die in dir ist und sich auch zeigen möchte lass dein licht leuchten achte aber auch auf ausgewogenheit auf harmonie und balance schau dass du das was du was dich einengt was dich zurückhält wo du dich beziehungsweise was du ja erlaubt hast dass es dich zurückhält weil es hat dich ja keiner gezwungen also erlaube das licht in dir zu leuchten und das was dir nicht mehr dienlich ist zu transformieren auf eine nächst höhere bewusstsein stufe und den wahren schatz zu heben und wisse dass alles was dein ist nicht an dir vorübergehen kann und die zeit dafür ist jetzt ok dann würde ich sagen gehen wir in aller klarheit reinheit unseren eigenen weg und schön in unserer mitte und dann schauen wir mal wie die zeit jetzt so läuft und was jetzt noch so passiert ich danke dir auf jeden fall von herzen fürs zuschauen gerne natürlich kanal liken kanal abonnieren video liken und kommentieren und so weiter und so fort ok also ihr lieben bis ganz bald bis zum nächsten video ich freue mich wenn du wieder dabei bist namaste